und ich schicke dir meine truppen mit hat man eigentlich wenn man das nicht korps spielt zwei stützpunkte immer oder das ist ein und das sind noten nur den noten hast du die ganze zeit durchschleimt naja könnte man aufhören damit ja ich freue mich warum konnte meine truppen nicht da oben an ja weil sie die ganze zeit irgendwas kaputt schlagen hört doch mal auf alles kaputt zu machen du ärgerst sie aber auch muss ich sagen das gold ist daneben da werde ich auch ein bisschen pissig läuft ich guck mal wie sie durch kriegt kann sein dass ich ein paar verluste mache aber da ich meine truppen mit dabei habe könnte es klappen ich brauche dann bloß eine hilfe kurz hier unten damit ich die dann heilen kann wieder das problem ist die erste kaum platz irgendwas überhaupt hier und mein späher lasst den arbeiter doch am leben hier müssen wir die deutschritter töten ach klar läuft ok ich bin bei dir wo ist mein späher komm mit hier ist doch möglich kommt alles gut ich hoffe ich ziehe jetzt die truppen nicht noch zu dir damit aus versehen macht aber auch keinen unterschied nicht wahr jetzt habe ich hier ein bisschen vergessen doch nicht sofort wo ist mein arbeiter jetzt wo ist mein arbeiter hin ist jetzt doch gestorben warum wird mir das nicht gesagt scheiße jetzt hatte ich soll aber ich glaube gerade eine schafe oder die versuchen meine schafe zu klauen ne er lebt noch ich baue das mal direkt daneben einfach nur dass wir dass ich dann im dorfzentrum damit schützen kann wo ist jetzt die blöden fließt auf die ist das last werde ich da angegriffen aber das war ein spieler scheiße ja die haben ein spieler getötet aber sonst geht sie gut begreifen ganz alt blau an was deine leute greifen blau an jetzt geht sie auf mich los weil ich keine truppen habe ja wo ist jemand bei dir oben das ist der spieler dass die spieler die es anfangs kommt ja die kann bei mir sonst nicht ja ich weiß ja passt haust du meine ja klar klar versucht auch noch deine schafe zu schlachten wenn man so rumstellen gesehen hat ja 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 Geht's bei dir noch ein bisschen lang? Naja, da sind bloß ein paar, mit denen komm ich schon klar Ja, dass sie diese Vorposten ja immer angreift Ja, ich habe auch nicht genug reich, weil er sich da hinten was machen könnte Wenn ich da hingehe, geht das auch nicht los? Ja, sieht so aus Alarm! Was hast du jetzt gesagt? Alarm! Scheiße, mein Gebäude ist voll Jetzt bringt sie ein paar Einzelnen um Ja, folgt der Kavallerie, gut macht das Sie ist böse, die Kavallerie Der Nachteil der Deutschritter ist, die sind sau lahm Das ist ihr größter Nachteil Die sind sau stark, aber sau lahm Hm, das stimmt, hast du recht Wieder in euren Job So, Relicke hab ich mir überholt Die haben halt meine ganzen Häuser kaputt gemacht Amron? Bane Atom Bane Atom Bane Atom Bane Atom Ja, weil man die ganzen Zelte zerstört, also kann ich hier fast nichts mehr machen Bane Atom Bane Atom Schön, wie du da stehst und nichts tust Fertig? Ne Der Typ hier Das ist halt auch typisch Oh, aber hier. Schick mal meine Schützen hier hoch auf den Tor, auf die Erhöhung, dann können sie schön ballern. Mach ja nicht das Tor auf. Ich hab's zugemacht. Ja, ja. Äh, stell sie alle hier in Position, damit wir die Kampfkraft gebündelt nutzen können. Meine schießen auf jeden Fall was weg. Äh, da hinten. Die schießen auf unsere Leute. Manger. Ja, ich hasse das. Schau mal die Manger. Scheiße, es ist noch meiner. Schmiedekunst und Eisengiesen brauchen wir. Ich muss erstmal. Die Schmiedebahn. Das Problem ist, du hast nämlich viel Platz hier. Ja, mit dem Platz kommen wir schon klar. Ja, ich hab's dann alles Platz zu machen. Ja, es ist nicht effizienter, aber es funktioniert. Interessant. Interessant, das Feuer erhält für mich. Und den Botkin-Pfeil brauchst du. Ja. Du sagst mal, die Amron müsst ihr machen. Habe ich jetzt zwei Schmieden? Na egal. Ja, toll. Ja. 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 Ja, da kriegst du leider nichts mehr dafür. Ja, da kriegst du leider nichts mehr dafür. So, ich fang jetzt an, richtig zu sammeln. Äh, ist das Absicht? Wir haben Schäffler. Hä, wie sagen die Schäffler? Ach, das sind Kataprakte. Oh, die haben Kataprakte. Ja. Ihr, helft mal hier mit. Und stell deine Einheiten auf defensive Haltung. Mach ich ja. Okay, sonst rennt ich die nämlich immer wieder weg. Drück mal auf den Punkt bei dir auf der Tastatur. Genau. Da siehst du, welche doofen oder nichts zu tun haben. Mach ich doch schon die ganze Zeit. Das Problem ist alles. Oh, oh. Jetzt werde ich angegriffen. Ach so, weil bei mir nicht funktioniert hat noch was. Ja, jetzt geht es bei mir weiter. Habe ich den Botken fallen? Nein, natürlich nicht. Frau Pascal, schießt ihr. Wieso greifst du nicht an? Ich stehe so rum und lasse dich abschießen. Black Dragon? Ich bin da. Ah, okay. Ich dachte, die haben den Disconnect oder sowas. Jeder hätte irgendwas mitgegriffen. Ja, genau. Rennt ihr mal schön hinterher. Der ist so böse. Den wollt ihr unbedingt haben. Okay. Da brauche ich mehr davon. Weil wenn die ja anfangen Probleme zu machen. Ja. Oh, ich wollte es wissen. Jetzt kommen sie. Grüße. Wo sind die? Oh, nur bei mir hier unten. Ich sehe sie nicht. Die beziehen sich gerade zurück. Geht mal jetzt hier hin. Da kommt auch Priester. Da sind Priester vorbei. Oh, da kommen Armverstützung sowas. Zieh deine Kavallerie zurück. Habe ich schon gemacht. Aber kein Problem. Oh ja, meine Schützen ist guten Auges gegen die Kaffee. Ah, nein, du hast zurück. Nein, ich muss uns einige Kaffee. Ja, du bist die Schütze des guten Auges. Okay, ich habe keine andere Wahl. Ja, das ist ja schön. Raus. Du musst die Tore mal öffnen. Ja. Verlaufen. Verlaufen. Ja. Verlaufen. Ja, ja, ich weiß. Ich muss gerade hier ein bisschen die Mange nerven. Ich habe gleich die Burg. Wenn ich die Burg habe, dann haben wir es. Den baue ich hier eine Schießanlage noch her. Und du weißt, was dann kommt. Hammer. Ich meine. Tore wieder zumachen. Schick deine Truppen zurück in den Reichweite meiner Burg. Irgendwann haben wir uns jetzt gerade erobert. Was ist erobert? Irgendwann haben sie gerade... Alter, ich sehe... Die haben ja die Schmiede übernommen, die Idioten. Ja, das können die. Okay, meine Burg wird nicht lange halten. Obwohl... Noch ist es gut mit der Burg. Ah, die haben den Tribob, die Schweine. Ah, die haben den technologischen Fortschritt. Hol den Tribob. Der Tribob ist einzigerweise... Nein, Tore öffnen. Tore öffnen. Okay. Äh, mein Dorfzeitbuch schießt auch schon getroffen. Das ist gut so. Ich komm... Die Ramböcke sind egal. Ich muss... Nicht allein, ich bin noch nicht mal dazu gekommen, die überhaupt verteilt sind. Weg damit. Dreck anzustellen. Ganz ruhig, ja. Ach, die können da nicht rein, scheiße. Und äh... Das ist doch meine Burg. Ich hab kein Gold. Äh... Die sind technologisch halt so wieder zu weit. Ach, jetzt mach ich hier auch platt. Naja, das war ja, das ist auch... Wir können das trotzdem schaffen. Ich hab mich jetzt tatsächlich zu stark auf dich konzentriert. Ohne die... Ich muss... Ich muss eher eine Burg hochzimmern. Wir brauchen die Burg als Verteidigung und dann brauchen wir ein bisschen Kavallerie, dass wir... Aber äh... Kannst du irgendwie das Katapult weglegen? Kommst du da nicht ran? Nein, es ist nicht weit genug. Äh... Ich komm da... Ich kann da grad auch nichts machen. Ich hab keine Ressourcen grad. Ja, die haben mich auch überrannt. Ehrlich? Ja, ja. Wollen wir mal einen Platz tauschen, weil... Hier unten im Süden habe ich keine Schatz. Okay, dann kümmere ich mich um den Süden. Da freue ich. Jetzt war ich halt so abgelegt, dass ich auch nicht mehr oben da hingeschaut hab. Guck mal noch mal noch. Ja... Mit dem komm ich schon klar. Die Spam aber echt übel. Das ist doch nicht mal normal, das Spiel, ey. Wie... Wie tausche ich denn den Platz? Da muss ich das machen. Ach so. Da muss ich dich einladen. Ja, okay. Ist dein Rechner gut genug? Das geht schon. Dann lad mich ein. Warte. Hattest du unten Stein? Hä? Hattest du unten irgendwo Stein? Ja, das war direkt am Startpunkt rechts daneben. Siehst du schon Steinleuten. Da war ich halt so rum, ja. Jerusalem. Was? Wichtelein? Du stinkst da, klasse. Äh, weißt du was? Du bist ein Horstmann schwank. Wichtelein. Hä? Ich hab nichts gemacht. Weiter jetzt. Der feindliche Stützpunkt ist stark. Ich rate an, Bollwerke zu errichten, bis wir über ein größeres Heer verfügen. Was hast du hier oben alles? Was hast du hier oben alles? Du hast Haufen, weil du links und, ähm, hier, und hier sind überall Schafe versteckt. Die solltest du holen. Ah ja, ich hab die Schützen nicht, diesmal okay. Und, ähm, hier ist nochmal Gold und Reha. Okay. Würde ich dir empfehlen, dass du das holst. Reha sind eine gute Nahrungsressource am Anfang. Hattest du hier unten große Schafe? Ja, und zwar, warte mal. Hier irgendwo sind vier, fünf Stück. Sonst keiner. Ja. Ja, und dann hast du hier noch zwei, drei, das sind aber sofort die gelben. Und hier hast du auch noch zwei, drei. Ich hab die Schafe, ja. Ah ja. Oh, ist ja alles voll. Was? Mit Schafen. Ist alles voll mit Schafen. Muss wahrscheinlich nur schnell genug sein. So, ich bringe jetzt hier Bauen und von dem. Ich glaube, unsere Chance liegt darin, den Gegner einfach mal zu schwächen am Anfang. Ja, da versucht er zu klauen. Ja, da versucht er zu klauen. Ist hier eine Verbindung? Ja, scheint so. Ich muss auch schnell anfangen, ja. Du musst sehr schnell mit doofbewohnern anfangen, auf jeden Fall. Bin schon dabei. Doofbewohnern. Ich mach jetzt hier alles kaputt, was ich irgendwie von dem finde. Das hab ich beim ersten Mal gemacht. Das hab ich beim ersten Mal gemacht. Mach eh keinen Unterschied, wenn ich einfach nur den ihrer Wirtschaft schädigen kann. Oh. Die da zum Beispiel sehen so saftig aus. Die sollt man töten. Alles, was sie an Wirtschaft verlieren, ist umso besser für uns. Oh. Jetzt Schafe gefunden. Ach, die habt ihr mir geklaut, ihr Schweine, hm? Wolltet aber klauen, hm? Alarm. 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 Und jetzt einfach irgendwie die Schafe. Egal wie. Du. Fängst jetzt an mit Kavallerie. Ich mach jetzt einfach nur die Winkel. Die wichtigsten Technologie-Sachen. Kavallerie und Schmiede. Und ich glaub, ich klau mit denen ihre Bären hier oben. Mach wie ihr denkt, was mit das funktioniert. Außer du. Ich mach's mal hier mit Gold an. Du bist mein Gold, Junge. Amrund. Wenn Nahrung. Musst du halten. Pass. Das Schafe gibt's hier oben ja sehr viel. Ja. Die solltest du auch nutzen. Bin ja grad dabei. Musst du halten. Wenn Nahrung. 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 Wagt auch gleich mit. Ich klau sein. Ich ernte seine Felder. Das funktioniert. Ich wusste nicht, dass das geht, aber es geht. Das geht. soll das aber eigentlich die bären erholen du machst gar nicht ist auch schön auch noch ein klein bisschen mehr zeit fang da weiter an marktplatz damit ich moment haben wir schon marktplatz weil ich dein zeug irgendwie mit sehr und die schießanlage den hätte ich gern dass ich schwere kamelreiter die ich am anfang habe ich habe tatsächlich hier am anfang schwere kamelreiter ich brauche ich langsam ein kloster ihr alle dürfen dann gleich mal so mörderlöcher ist schon mal gut für den anfang geht mal hoch die haben bestimmt wieder leute am gold hier haben wir gleich mal unterbinden oder nicht nö haben sie nicht okay dann baut ihr mir meine erste verteidigungsburg gleich größe am gold das passiert was was sie eine stelle dort mit holt ich könnte auch die hier oben holen beim gegner du kannst mir nicht zufällig ein bisschen mit rohstoffen schon aushelfen oder das kann ich rohstoff hast du noch nicht über oder das brauche ich nicht aber danke so die burg ist gleich fertig diesmal habe ich mörderlöcher und ballistik wenn man hat und wenn man hat und wenn man hat und okay ich könnte auch ein bisschen holz gebrauchen hast du mir was geschickt das war der stall das war so versuchen doch das dritte ist es bei diplomatie guck mal drauf das steht das hier nicht schicken kann da hast du noch kein marktplatz gebaut ach so stimmt ja aber irgendwas gewesen die stadt gehört uns eure bemühungen ist schon okay ich habe eine burg und da sind schon die ersten bogenschützen drin werden sie nicht lange dauern da kommst du zu mir ja da solltest du dich vorbereiten ihr seid fertig perfekt alle aufs gold coolest ja 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 ich wollte das mal herstellen geht ihm mal dahin und schützt da mal ein bisschen mauerhandwerk schadet nicht alle waren da wieder rein jetzt bei dir wie schon noch läuft ich war fast noch eine weitere burg danke ok fang jetzt an bei dir verteidigung zu bauen auch bist du schon dran gut stein damit ich ja du hast da nicht so würde dir bitte wieder über arbeit gehen so 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 da kommt mehr holz rein jetzt muss ich gucken dass ich ätter obwohl alt werde ich von selbst die machen gerade gar nichts ihr könnt auch das da abbauen ich bin euch da nicht böse wenn ich alle aufs selbe geht ok jetzt geht's los gott haut die weg deshalb baut man hier solltest du ja würde ich auf jeden fall empfehlen dann ist doch nur bogen schützen können aber ich würde versuche diesmal die technologischen fortschritt zu erlangen das ist ein problem jetzt kommt von oben ich kann man das tun oder du kannst du es erst mal ein bisschen was da kommt die werden mit nebenbei erschrocken auch hier schon gefallene feindlich waren es gab gar nicht links ich sehe es schon das meinte ja das mache ich damit dass sie von allen seiten kommen mit immer dann noch halte ich mich die skorpione krieg gut weggeschossen so und auch die deutscher kriegt richtig auf die fresse er zieht euch mal zurück an die arbeit wo ist mein mönch hätte gern noch eine burg da oben arbeitest du mal jetzt steht ihr hier rum und macht nichts dass man verrückt komisch bei den dicken ok ich gehe gleich jetzt die zeit alter und so überleben hängt nur von der technologie ab hallo ist jetzt zehn kann ich auch noch haben gegen teutonen hilft tatsächlich fast nur armbruchstützen feuer die haben probleme damit jetzt baue ich hier mal noch eine burg hin hier schön auf die erhöhung das sollte so ziemlich alles abdecken das wichtigste dann bin ich hinten erstmal in ruhe ich muss nicht ich muss auf jeden fall technologisch hast du ressourcen über wahrscheinlich nicht oder ich bin gerade beim ausbau gewesen ist okay ist okay noch der kein kopf natürlich bei der zweite burg damit ich mich da hinten in ruhe lassen ich muss ich anfangen wenn ich die schmiede gleich habe vorher ein bisschen kettenpanzer wenn natürlich nicht schlecht die fresse ich habe eine zweite burg gebaut da kann ich meine arbeiter reinquartieren wenn es hat erfahrt kommt hier unten habe ich natürlich keine verteidigung bisher ich habe natürlich da wo ich keine verteidigung habe ja ich sollte die glocke nicht mehr nutzen das ist doch immer so die greifen ich bin auch ich bin auch so der innerecke habe ich gesichert hier hinten wieder in den job da auch welche drin man sollte die glocke eigentlich nicht verwenden weil dann alle leute auf der karte aufhören zu arbeiten so chemie nein ich brauche mehr essen ich bin aber bald fertig pferdehaltung ist wichtig arm schütz ist wichtig alter will ich ja weg baller ja du kannst du kannst die klei abfangen weil wenn die rauskommt weil wenn die rauskommt kannst du die drüber trieböck und mann 15 prozent angriffsstärke wehrpflicht brauche ich noch nicht ich brauche vor allem essen grad ich brauche mal kurz auf ich brauche jetzt noch eine burke runter oder da hoch aber wenn du dich mal meine ruhe habe ich muss jetzt aber mit rittern anfangen ich brauche für den notfall das war nur eine handvoll aber die haben wir erst wenn ich mich mit tribocken ankommen dann habe ich ein problem deutschritter schade dass er löcher hat ich sehe jetzt auch keine andere möglichkeit außer dass mit bogen ein bisschen abzusichern hier alles und ich glaube zuerst nur die johanniter hier rechts ist dann armschutz schmelzofen und plattenpanzer brauche ich die bogenschützen sind für mich erstmal optional muss auch sehen wie viele übrig bleiben ok stecken großen teil ab da kommen sie mit dran mit rahmen die machen teuton taxi wie asozial und so muss man wissen wenn sie das betont hat sie in der karte zeit zu verschwenden okay also als aufgeholt und so weit kommt es noch nicht ich habe hier aufgehalten was denkst du denn etwas heilung bitte die buch hat aber was nicht auf die fresse gekriegt meine